So hallo und herzlich willkommen und ich werde geschlagen zur neunten Folge SkyBlog der Tab hier schon wieder dabei da die letzte Folge und das erlang ging die ging eine halbe Stunde ja da war es ein bisschen spät Stimmt ich mache mal das Hauswein so brauche ich holz und ich brauche mal den ab Nein, mach doch nicht noch so ein Steinhaus Das sind die ganzen Sticks Ich habe gestern über 20 Sticks gemacht Jo, du hast die einfach mal dabei Nein Nein Danke Ich mache mal das Schwert und heute versuche ich mal nicht so viel runterzufallen Nein Den Axt Du hast ja überlegen, was ich mache und den Kopf ist dort her So Und dir holz Kopf ist dort her So wie Na ja, das schmeckt mit Stein Ja Ich würde sagen, im Haus machen wir den Boden Ah, den Boden habe ich jetzt nicht kommt Egal, machen wir einfach Wir machen aber zwei Stöcke in einem zweiten Boden Ö, das Dach Ne, den Boden ist ein Obergeschoss aus Eichelholz Ah ne, das ist Birkenholz Eichelholz Eichelholz Ich weiß es Wer steht in Deutsch ever? Ich habe jetzt schon mal zwei, äh, das ist jetzt länger hin gemacht Die, wo du da kriegst Ja, du musst jetzt nicht unbedingt dahin stehen Kannst erwarten, dass es runterkommt Okay, tu es mal in die Kiste Und ich bin gleich tot Ja, geil Halt auch, 2, 3 Okay, kein Herz Ja, bei deinem Geiltext weg, was ist das? Zweck, du gehst Okay, jetzt hab ich drin Ah, 28 Okay, die, die Ah, ich hab Was hab ich drin? Ich hab, faithful Neu? Ja Ähm, was ist das mit diesem Monat? Ja Also wenn ich jetzt gleich weg bin Wieso weg? Nein, das wird der Betriebsschutz für 3 EV macht Ja, und? Dann hätte ich Hätt ich mir meine Minecraft 5, 2, 3 Okay, jetzt brauch ich Holz Äh, Holz Der Jan Der Jan Erlängte Dein Schnauz jetzt Soll ich dich da unten hauen? Nein, war ich nicht, du hast ja mein Zeug dabei Tja Ähm Schau mal ein bisschen Holz mit Oh shit Da oben gab ich den Wildfessel Okay Zurück damit So, weiter geht's Ja, dein Minecraft funktioniert Super Ja, was hast du für als Eingeber Ja, was hast du für als Eingeber? 206, ne? 265, ne? Wieso? Neu? Bei dir Du bist doch da oben Schlecht Haha Noch weg Ich denke dabei nichts da Ich bin so Stolz Stolz Wieso? Ich bin so am herz Und nicht mehr viel raus Das zieht mir nix ab Was? Das zieht mir nix ab Es zieht nur bis man sie mal Elfte Leben weg Und da bin ich schon drüber So, das war einfach schon mal Das ist ja lang Das kann ja nicht so Ja, nicht Ja, nicht So, das ist nur bei Hardcore-Sumo Ich hab gar nicht die Hardcore-Welt Als dann hätte ich auch ganz anderes Startgut haben gekriegt Das klingt Ja, Mann, oh Ach, jetzt geht's Ah, jetzt Jo, 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 okay Ja, guck mal gut, dass die ganze Welt aus weiß besteht Wo? Hm? Das ist voll scheiße Entweder sind die Werkzeuge in so weiße Vier-Ecke oder der Rest der Welt Dann macht das Text-Gepäck auf Oh Ressource-Pack Die Melone ist gewachsen Oh, nice Okay, die esse ich jetzt eh noch nicht Ja, Melone Läuft Läuft Endlich ist niemand gewachsen Alter, guck dir den scheiß Wind all Ja, ich seh den Wind Guck dir die Bäume an Hüpf nicht auf den Felder drum, ich hab da jetzt gepflanzt Alles klar Wie denn? Ach, für dich Ach, für dich Ja, du kannst nicht bewegen, ey Ja, ja, es geht So, okay Wow Spack halt voll durch die Tür durch Ja Spack Ja Spack Spack Doch sie wollen ja mal als interessanteres machen als ob es nur noch mehr macht doch das sind sogar ich sagte es zu kommen so ab und sonst muss ich nicht mehr so gut ausbauen schenken okay okay oder überkommst du hast in der dritte er ok der europäischen wir haben er steht wenn wir nicht im chat drin ich habe den aus das ist dass die flamme hinter dem wasser ist und jetzt können wir bald schnee mehr noch bei uns kannst du mal eine türe mitbringen also eine türkraft nicht irgendwo weg machen und macht ja nicht die erzelt weg ist die einzige wiese die wir haben wie kann ich diese wehämmerte hallo das ist ein Längende und bringt dann gleich noch wenn das Holz mir das du grad eingepackt hast vielleicht müsst ihr euch mal was in Wehna machen was? was in Wehna machen was irgendwie Strungen leckt starte mal dein Minecraft kurz neu ich gebe dir erstes Zeug ja auch ja jetzt weißt du wieso bei ihm macht es halt auch so ein cooles Update und hallo ich hab jetzt ein paar Schneebälle ey das ist meine Geschäftsidee mit der Hand mit dem Schneebälle von Back die brauche ich ja nicht unbedingt ich auch nein das ist Platzverschwendung mach ich auch danke es ist voll cool kall da haben andere Leute mit dabei nichts passiert so ich muss schon sein da weil das ins Haus kommt wo er kommt auf die Kälte mit damit sich die Sitzung im Baumeisen er kommt alles wir haben uns im Saal mit dem Bauchstum ich war nur nun so ist bei mir aber stimmt so es ist richtig ausschrauben mal besser schistet was soll er bei mir dann kommt es es nicht es reicht ihr es reicht ihn und bringe die türe mit du hast du schon eine oder das holz und soja ich habe hier zu werden ich habe ich die truhe so machen truhe ich habe ich doch ein ach so stimmt die aber das handelt ich habe ich drunter ich nahe woher geht es nicht noch kurz zu verteilen so zu langsam war hier das Haus der Welt mit mit dem dünchen denn sie ist es aber voll komisch auskommen so spiel das ist ein bisschen sie werden war so geht es kommen ich dem auf die truhe drauf nur noch ein Block Köln Schaffner steht Köln Leicht K Knau Stattmann steckt da rein und ich war Kostner hier wird schon abend, aber wenn du weiter hoch gehst, dann ist man nicht abend, auch nicht schlecht ja, bei dir funktioniert es gerade echt gut wir könnten hier so eine Glasform, achso, nee, wir haben zu wenig Glas ok, das ist gerade eine schlechte Idee sie hat einen Baum gewachsen ja ich räuchte gleich ab ne, achso, ich werde gerade in die Türe, in den Block einmal so, dann sichere den nochmal bist du gestorben? ich wollte eigentlich da in das Haus einsprennen hat aber nicht geklappt warst du, ist es kommst du dabei? oh, gut ne, ich freue mich doch oh, man ey hör bis ne, die sind doch gut oh, den Kürbis mal oh, den Ava, ohne den die Pflanzen zu beschädigen komm her du Ficker ja, ich mach's damit eh weg da geht's schnell ernsthaft jetzt du Ficker hey, wieso hast du ein Schwert, ob ich nicht ich mein's gemacht hab was jetzt ist der Kürbis weg Alter, Freddy ernsthaft ja, ich verscheide ich bin ein Mungol, ey gib mein Schwert ja, ich verscheide hey, wo ist das andere Zeug? jaaau gut, Cobblestone ist weg hey, Cobblestone ist in der Kist gelogen naja, wecker ja, ich hatte auch noch 50 hä? schon hinterher springst ja ok yay das ist, äh ja, und nachdem Freddy mich so cool umbringt hier ist der Kürbis direkt wieder gewachsen gar nicht irgendwie unvorstellbar hä? doch, vorstellbar schon ja der wächst innerhalb von keine Ahnung was mit dem Kürbis los? ja, ich frag jetzt einfach mal am Anfang ein paar Dinge hin warum wir zwar noch nicht, aber ja, Melone! ja soll ich die jetzt auch noch pflanzen? aber eigentlich das reicht wenn das jetzt gewachsen ist dann kriegen wir da viel ok, das reicht ja mal wieder Holz was machst du? das ist bestimmt netter hm also bis jetzt hatten wir zum Glück noch nicht so einen krüppeligen Baum und hoffentlich kommt auch keiner, weil ich hasse die das ist ja nie ein Baum, oder? ja das ist mal richtig das ist mal scheiße dein Schnauze shit, storm, bit, storm ne geht euch na 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 ihr kriegt die nicht ja du du spart du musst dich jedes Mal teleportieren ja ja wieso weiß ich nicht, wer es hängt mach doch einfach mal ins Baupunkt da ins Haus sein Bieter 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 jetzt schon jetzt das ist mir auch egal schlugst du oh du fika ok geht gut gut jetzt kann ich ja enden nicht so zu viel gehen ohne dass irgendjemand stört ah losdrückerstattung schleichen da dann noch mal kein Chat wieder verstecken, dann sehe ich's nicht kürzeln ich kann es ist mir auch egal okay wenn sie sich in den Sieg das ist bei Trocken und das ist in der Welt sich ziemlich richtig unnötig soll Weg um keine Ahnung ist es teurer zum lieben die auch gut noch nicht mehr der Knochen nicht mehr macht er ins Euro Jo bei dir neben ich stehe an einem anderen Ort weil ich gerade alle Exeter und ich brauche mal das Haus weiter Ständig wollte Ordnung schaffen Nr Stilion ist passen so der Holz und die Becken und die Axt macht er eine Wofan mit Stix und Korbel Sto und haben wir wohl was du hast doch oben in der kiste drin und 50 hatte ich dabei aber du musst sich ja unbedingt höchern dass ja läuft kann man immer ausfallen und jetzt muss hier bitte ordnung her aber ich habe kein holz ich komme davon da oben und doch ich weiß nicht weil ja wo sind die ganzen Sätze gehen wenn wir uns die Vorstellung ohne Setzlinge hinzu Hä? ich muss den letzten Baum abgebaut, das kann nix da reden das ist ein Schafel ja nur Spanien dann und unser Schafel ist jetzt kaputt mit nichts das muss er sein alles wäre das muss er sein und so ok da tut er einfach mal ein wenig was ist anschließend Kurszweig rein brauche ich noch mal eine Kiste Kirsten für den Meister weg ich muss uns bleiben dann wurde ich möchte das jetzt erzählt ahhh hihihi so noch ne Kiste so langsam ja das ist jetzt eine nee okay jetzt mach ich da rein Tommy ging offline ja wohl wir gehen online haben wir ging nochmal aufmerken saubern ja gut der kommt echt öfters jetzt mal in meinen Videos drin 2 aber ihr bist trotzdem, was er schafft hat ah doch wenn er sich in Google angibt geteiltverhalten Tommy dann wisst ihr was es ist der zweite von hinten rechts in der Mitte der ist es um und unten und hinten vorne von hin hihihi schätzbar mit darum ahhh gleich mh 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 kann ich eigentlich mein Ding auch wieder zurück verwandeln in den Schneeblock in den Schneeblock in den Schneeblock in den Schnee Decke die Teppiche in den Schneedecke als Schnee wenn man Schneeblock ab und dann ist er weg in den wir wollen ja noch geben mehr ein mh mh in mh er nur von zu dem Schnee Ding aber nicht von dem Schneeblock ein ganzer Block ja man muss ein Problem dann schnitt doch wenn ich das sage dann ist das doch dein Schnauze jetzt ok also wir haben jetzt immer ein bisschen Ordnung und ja ein bisschen ein ganz kniebis sollte so bleiben Jo wieder grad verklemmert das nicht mal Holz ok wie kommst du in den Kamelstone ui jo so läuft ok das war's dann jetzt auch schon von der neunten 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 ja von der neunten Folge Skyblock mit einem mit dem mit dem Spezial-Special-Maschel-Gast ja nein der Weg der Pilz wächst nicht da brauchen wir Knochenmehl dazu das ist doch scheiße der Bild ja und jo schreibt in die Kommentare wie es wandert und dann Daumieren nicht vergessen mit dem genau wenn es euch gewalt hat gebt dann seinen Daumen hoch ein mag ich und jo dann bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss